Hallo und willkommen zu einem neuen Video zu Warns Human. Ja, ich habe ja schon in der Vergangenheit ein paar Videos gemacht, was Season angeht. Weil ich weiß, für viele Spieler ist das so ein kleines Problem, dass halt man eine gewisse Zeit nur hat und dann alles von neu anfängt. Und ich habe euch ja schon erzählt, es ist nicht alles, also ihr behaltet sehr, sehr, sehr viel. Und ihr verliert nur minimale Sachen und ihr müsst natürlich viel davon Level 1 leveln. Aber das Level geht ja im Spiel recht schnell. So und jetzt ist es nämlich so weit, dass wir Season wechseln können. Und leider wurde ich da persönlich gerade ein klein, klein wenig enttäuscht. Denn ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Keine Sorge, das kommt noch. Aber ich dachte, mit jeder Season, so habe ich es euch auch erzählt, wechselt auch das Szenario. Ich glaube, so hat es auch jeder eigentlich verstanden gehabt. Aber dieses Szenario, was wir gerade haben, Moneybus, den dürfen wir nochmal spielen. Denn wir wissen ja schon, ein neues Szenario sollte ja auch erst im September kommen. War eh ein bisschen komisch. Ich meine, wir haben ja bald September. Aber ich dachte, das kommt dann noch irgendwie hin. Ne, ist aber nicht so. Jetzt startet die zweite Season und wir können wieder Moneybus spielen. Oder Ruf der Evolution, das sind die jetzigen Season mit paar Veränderungen. Das schauen wir uns alles gleich noch an. Ich werde auch noch im späteren Verlauf des Videos einmal meinen Charakter dann, ich sag mal, transferieren. Also auf den neuen Season-Server dann starten und mir das mal anschauen. Mal gucken, was ich dann schon mal für euch mitbringen kann. Weil, ne, genauso wie ich wahrscheinlich, ich habe jetzt sehr viele Fragen. Denn mich hat das Ganze jetzt gerade ein bisschen überrumpelt. War jetzt auch nicht geplant, dass ich in die Richtung ein Video machen müsste oder kann. Aber, wie gesagt, seid nicht enttäuscht. Wir haben da ein paar Besonderheiten. Und es ist nochmal so eine Art, naja, weitere Season, bis halt neuer, ich sag mal, Content oder ein neues Szenario kommt. Die dann hoffentlich auch natürlich ziemlich, ziemlich cool sein werden. Aber schauen wir erst mal an, wie wir überhaupt diesen Wechsel machen können. Denn es kann sein, dass ihr schon, ja, ein bisschen später dazugekommen seid. Und dann hat der Server bei euch eventuell später aufgemacht. Denn das, was ich gerade erzähle, gilt eigentlich nur für die, die seit Anfang an dabei sind. Denn die Server, die von Anfang an am Start waren, wie auch meiner, die sind jetzt so weit, dass wir in der entsprechenden Phase sind. Dann blinkt es sich ja auch oben, dass man sich registrieren kann. Und hier sehen wir ja nochmal die Phasen, ne, und wir sind jetzt nämlich in der Phase 6. Und das ist sozusagen diese, ja, Abschlussphase. Also wir haben ja immer 6 Wochen für eine Season, so ist es aktuell eigentlich eingerichtet. Und hier haben wir die verschiedenen Season-Phasen. Nach einer Woche, glaube ich, hier haben wir das durch, dann das, dann das, dann das. In der 5. hatten wir ja den Moneybus ja selber. Also diese Patschehähnchen, die vom Himmel kamen, die wir dann zerstört haben, die haben wir jetzt sozusagen besiegt. Und jetzt sind wir in der Übergangsphase und die läuft noch 26 Tage. Das heißt, wenn ihr noch weiter spielen wollt, wenn ihr noch Sachen erledigen wollt, könnt ihr dies alles tun. Vor allem wichtige Sachen wie so Season-Ziele, ne, die solltet ihr vielleicht versuchen, komplett machen. Ich werde hier das letzte leider mal auslassen, weil ich möchte mir die neue Season anschauen und ich schaffe das gerade nicht mehr, das noch fertig zu machen. Ja, naja, habe ich halt meine 2200 Sternkrum hier nicht geholt. Aber, naja, das ist nie so wild. Aber, ne, müsst ihr euch selber überlegen, wenn ihr auch noch hier Punkte machen wollt, auch von kleinen Zielen, die schon ein bisschen zurückliegen. Zum Beispiel hier, weil mit den Punkten kann man sich ja hinterher was holen, hier in den Season-Shop dann hinterher. Wenn ihr das noch machen wollt, dann tut dies. Und denkt auch noch dran, dass ihr jetzt mittlerweile Zugang habt zu den Sternenkrum-Kisten. Die sind hier ein bisschen versteckt, die kosten dann Energieverbindungen. Ich habe schon alle geholt. Da könnt ihr auch nochmal 4000 Sternenkrum mitnehmen. Wir gucken uns gleich nochmal an, was noch alles grob behalten wird. Ich habe da schon ein Video gemacht, ne. Schaut euch am besten das Video an, wenn ihr tiefere Informationen haben wollt. Ich überfliege das hier nur so ein bisschen. Aber sobald euer Server eben in der sechsten Phase ist, können wir nämlich hier auf Registrieren klicken. Und dann kriegt ihr auch dieses Bild. Und da sehen wir schon diese beiden Szenario, die wir auch gerade aktuell haben. PvP ist nämlich einmal Ruf der Evolution, so nennt sich das. Und Moneybus ist das PvE-Szenario. Wir sehen schon hier, die dann danach kommen. Also in der dritten Season sozusagen, der Weg des Winters. Wird wohl survival-lastig mit Temperaturen beachten. Also sprich warme Kleidung tragen und so ein Kram. Bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert. Und danach kommt hier so eine Art, ja, Fraktionskrieg. Also PvP. Da bin ich auch mal sehr gespannt, weil ich habe schon von einem Kommentar bekommen und gesagt, sobald es ein PvP-only-Szenario ist, machen sie Pause mit Once Human. Ich bin mal gespannt, ja, wie sich das spielt. Oder ob man sogar wieder die Wahl hat. Ich denke mal, die Entwickler werden da auch ein paar Kritiken bekommen. Aber wir gucken uns jetzt mal hier die Szenarien an. Denn wenn wir da draufklicken, haben wir nämlich die Server-Auswahl, für die wir uns registrieren können. Die Server laufen hier schon hier oben. Das heißt, wir könnten da, glaube ich, relativ schnell draufkommen. Ich werde es gleich mal testen. Und ja, neuer Server. Das heißt, ihr verlasst wirklich euren Server, wo ihr jetzt gerade spielt und geht da drauf. Ihr solltet euch also mit euren Freunden, mit denen ihr zusammenspielen wollt, absprechen, dass ihr den gleichen Server auswählt. Es gibt hier noch einige Sachen, die man noch beachten muss. Ich sage aber schon mal vorweg, Server, wir sehen ja schon die 2 und die 1 und die 5. Die sind schon sozusagen voll. Die tauchen hinten auf. Hier zum Beispiel die 5. Und die ist halt voll. Da könnt ihr aber trotzdem noch draufkommen, wenn ihr Freunde habt, die da drauf spielen und mit denen ihr unbedingt zusammenspielen wollt. Denn die können euch einen Einladungslink einmal schicken. Damit solltet ihr dann auf deren Server kommen. Diese Links sind, glaube ich, begrenzt auf 5 Spieler. Also pro Person sozusagen. Und es gibt, glaube ich, noch eine technische Maßnahme. Wenn der Server komplett voll ist, dann funktioniert wohl auch das nicht mehr. So wurde es mir zumindest gesagt. Aber es ist eine Möglichkeit, dann noch für später draufzukommen. Ansonsten kann man hier schon sehen, dass diese Server paar sind auf und paar kommen später raus. Hier, die machen morgen früh dann sozusagen auf. Die machen dann übermorgen auf und so weiter. Und diese Server haben ein paar, ja, ich sage mal, verschiedene Sachen. Und vor allem, wir haben auch was Neues jetzt im jetzigen Szenario, was wir eigentlich schon kennen. Also eine Art höheren Schwierigkeitsgrad. Denn wir hatten vorher auf leicht eigentlich gespielt. Jetzt spielen wir auf normal. Ich weiß nicht, ob das Auswirkungen auf die HP der Gegner hat. Aber wir haben noch eine andere Kleinigkeit. Zu der komme ich auch sofort. Denn hier ist halt jetzt nichts weiter anders. Es gibt, wie gesagt, auch Server. Die haben so ein rotes Schild davor. Und das steht dann für schwer. Und da ist es wohl so, dass die Verschmutzungszonen in der Wildnis, dass die sich über größere Gebiete erstrecken und deutlich erhöhte Kontaminierungen haben. Also da kriegt man einfach mehr, ich sage mal, so Malus und muss halt mehr Alkohol trinken, kann man sagen, damit man halt den wieder weg macht. Und generell Energie und Hydrierung, die gehen doppelt so schnell zur Neige. Und die Auswirkungen von voller Energie und Hydrierung, die halten kürzer an. Ist also ein bisschen stressiger. Müsst ihr überlegen, ob ihr es haben wollt. Außerdem eine Kampfumgebung, die Werte, die Aufmerksamkeit und das Bewegungstempo der Mutanten und die Angriffshäufigkeit, die wird erhöht. Das heißt, hier steht es eindeutig drin, auf schwer sind diese auch schwerer. Schwerer halten wir aus, sind nerviger etc. Und auch in der Territoriumsreinigung, also wo er dann angegriffen wird, wenn er die Sachen da reinigt, dann kommen andere Kombinationen von Mutanten, wird also auch schwerer. Die Belohnung dafür ist, dass ihr 20% mehr Sternenchrom bekommt für die Season-Ziele. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr das unbedingt braucht. Ist natürlich, 20% ist jetzt nicht ohne. Aber ich glaube, das ist schon mal ganz gut, wenn man auf jeden Fall zusammenspielt. Vielleicht ist es für Solospieler ein bisschen zu stressig. Also überlegt euch das. Diese Schwer-Server, die gibt es auch, wie man hier sehen kann, auch jetzt nicht so häufig. Hier müsste man auch warten bis zum, na, wann kommt's? Ich glaube, 21. war's. Ja, da, genau, der 21.8. Solange müssen wir noch warten, bis der aufmacht. Man kann sich aber, glaube ich, schon vorregistrieren, um seinen Platz zu sichern, sozusagen, auf dem Server. Ich werde aber auf dem normalen wahrscheinlich anfangen. Und außerdem natürlich nicht nur 20% von den Season-Zielen, sondern auch bei der Reinigung der Finsternis-Cortices. Das Wort habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Kann das sein? Oder den Chaos-Cortices. Das ist ebenfalls nochmal erhöht. Also, wie gesagt, das ist halt auf jeden Fall der Bonus. Und vielleicht wollt ihr eine Herausforderung haben. Aber die werdet ihr vielleicht auch auf dem normalen Server bekommen, weil ich schaue mal hier drauf. Denn das ist nicht das Einzige. Wir sehen, wir haben bei jedem Server so ein Schild. Und dahinter haben wir noch so zwei Farben. So ein grünes, ich sag mal, sieht aus wie so ein Lappen. So ein grünes Ding und so ein rotes oder ein blaues und ein gelbes. Und das ist nicht so zum Spaß da, sondern wir haben nämlich jetzt so neue Effekte. Und zwar nennt sich das hier bei dem Effekt Super-Anomalie-Phase und Super-Anomalie-Kohärenz. Und das sind so Effekte, wie man vielleicht von anderen Games kennt, wenn so eine Art Elementarschild auf dem Gegner ist. Und man die richtige Waffe auswählen muss. Und das Ganze funktioniert hier mit diesen Waffenprocs, also wie zum Beispiel den Splitterschaden oder halt den Zustand Festungskrieg. Denn Phasenmutanten verfügen über hohe Schadensverringerungen. Das heißt, man macht kaum Schaden gegen die. Und man muss dann halt entweder mit der Wiege, es gibt auch so eine Art Wiegentalent, was man dann reinmachen kann in seinen Rucksack sozusagen. Dann hat man wohl auch irgendwie den Konter dafür oder dann nochmal Splitterschaden. Das heißt, man muss dann mit Splitter zum Beispiel spielen oder Festungskrieg. Und das andere sind dann die Kohärenz. Und das ist so, dass die ein Gerät bei sich tragen. Und solange das Gerät intakt ist, ist die Mutation selber unbesiegbar. Und um das zu kontern, brauchen wir dann halt eben einmal entweder auch die Überbrückung für die Wiege. Da gibt es eben auch wieder so einen Effekt, den wir da reintun können. Oder wir machen einen Abprall oder Abprallerschaden. Oder sind im Zustand Schnellschütze. Dann können wir halt das umgehen. So, und dafür gibt es dann aber auch eine Waffe, die direkt per Blueprint wohl in der Wunschmaschine drin ist, die man sich holen kann. Die MG4 Raubtier Blueprint und passen dazu die Oasenmaske. Um halt in dem Fall dann mit Schnellschütze zu spielen. Das ist sozusagen der kleine Bonus. Des Weiteren gibt es noch Kalibrierungsbaupläne. Der Bonus-Stil eignet sich für Pistolen und Schrotflinten und erhöht die Stichwort-Auslöse-Chance durch Nachladen. Erhältst du, indem du Fallengelassen auslösen unterlegst, etc. Also das ist dann wohl auch speziell, wenn ihr das auswählt. Das könnt ihr nur auswählen, indem ihr den entsprechenden Server auswählt. Momentan sind zum Beispiel nur zwei Server da, die den gleichen Effekt haben. Morgen würden dann wieder zwei andere Server aufmachen. Und die haben den anderen Effekt. Und da sehen wir schon, da gibt es dann auch wieder einen anderen Kalibrierungsbauplan. Der Sparsam-Stil. Den gibt es dann. Und wir haben zwei andere Blueprints, die man direkt in der Wunschmaschine kaufen kann. Und wir haben aber auch zwei andere Super-Anomalien. Und zwar einmal Leere. Das heißt, der leeren Mutant hat dann ein Schild am Anfang und ist immun gegen den meisten Schaden. Und dafür brauchen wir dann entweder Antileere, also für die Wiege. Wir brauchen instabiler Bomber oder Stromstoß. Wenn man die Sachen dann verwendet, dann kann man das Schild damit sozusagen entfernen. So, und bei der Super-Anomalie, Gleichgewicht, da sind Mutanten. Mit der Zeit regeneriert sich bei denen die Gesundheit. Und da, um dagegen anzukommen, muss man halt für Brennungsschein drauf machen oder Frostvortex als Konter oder eben Wiegeüberbrückungen. Muss ich mir selber noch anschauen, wie sich das Ganze spielt. Vielleicht kann ich es euch sogar noch zeigen. Wie gesagt, ich werde gleich noch den Transfer dann einleiten. Und vielleicht kann ich euch noch ein bisschen was zeigen. So, das ist auf jeden Fall das, was ganz neu ist. Und wo ihr euch jetzt einmal entscheiden müsst. Ihr könnt natürlich auch warten, wenn, wie gesagt, je nachdem, wann euer Server dann reingeht, habt ihr auf jeden Fall in der letzten Phase nochmal vier Wochen Zeit, wo ihr noch trotzdem noch weiterspielen könnt. Hier ein kurzer Nachtrag, denn ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es mit den Blueprints hier auf sich hat. Denn, wie schon auch vorher, ich glaube nämlich vorher ging das nämlich auch, ist das MG4-Raubtier-Blueprint, die so zu haben. Und auch die Pistolen-Blueprint ist hier zu haben. Also ich glaube, das, was da jetzt eben stand, was wir so besprochen haben mit den Blueprints, das hat hier keine großen, ja, keine große Bedeutung. Auch wenn wir bei den einzelnen Sachen sind. Gut, hier gibt es die Pistole. Ich weiß nicht, ob das vorher auch so war. Weil das sind halt, je nach Zielen, sind, ja, das sind die Preispools sozusagen von der Gacha-Maschine. Also wenn man einfach das Gacha-System sozusagen nutzt. Ja, aber eigentlich müsst ihr die anderen Sachen hier haben, theoretisch das, was ich ausgewählt hätte. Also nicht die Waffe mit dem instabilen Bomber, denn das haben wir hier eigentlich nicht. Ich bin auch ein bisschen confused, aber vielleicht seid ihr ja auf einen anderen Server gegangen und habt dann eine andere, ja, einen anderen Los-Pool hier drin. Könnt ihr mir gerne berichten. Werde ich wahrscheinlich die Tage erfahren, was jetzt wirklich richtig ist und wofür das Ganze da ist. Wenn ihr euch an der Stelle noch fragt, soll ich das jetzt machen oder soll ich noch eine Weile warten und noch ein paar Sachen hier, ja, weiter erledigen. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die jemand noch machen könnte. Man könnte jetzt auch in dieser Season zum Beispiel noch seine, ja, wo sind sie, seine Aufgaben fertig machen. Wie ihr seht, ich habe auch teilweise so ein bisschen geschlafen bei manchen Endgame-Sachen. Ich kam einfach nicht dazu, aber wie gesagt, ich will jetzt einfach trotzdem weitermachen. Aber auch solche Nebenquests und so weiter, die halt noch so eine Währung bekommen. Diese Währung nehmt ihr auch mit, also diese Stellare Planuar. Das heißt, ihr könnt die nochmal bonusmäßig hier bekommen, weil die Quest wird es hinterher wieder geben in der vereinfachten Version, wenn ihr die, glaube ich, schon hier erledigt habt. Das muss ich mir auch noch anschauen. Vielleicht kann ich es euch später nochmal zeigen. Das Besondere ist, das könnt ihr dann einfach sozusagen doppelt bekommen. Und natürlich auch der Händler dafür, der hat ja auch noch diese Sternen-Chrom-Kisten, die immer pro Season limitiert sind. Also guckt überall, was Season limitiert ist. Das solltet ihr euch noch holen in der Season, damit ihr es komplett ausschöpft. Aber ja, man muss ja nicht immer alles mitnehmen, müsst ihr euch selber entscheiden. Wiederum gewisse Kartensachen, also wenn ihr zum Beispiel noch irgendwelche Rätselorte nicht gemacht habt oder noch nicht alles komplett entdeckt habt für euch, das werdet ihr ja wieder entdecken müssen und das wird auch in der neuen Season da sein. Und ja, das könnt ihr euch dann wahrscheinlich da auch einfach holen. Muss ich mir natürlich auch noch anschauen. Also ich sage mal, gewisse Sammelsachen wie Waffen aufsetzen, die man ja überall auf der Karte noch finden kann. Auch das werdet ihr nochmal die Chance haben, es erneut zu holen. Und das müsst ihr jetzt nicht unbedingt sozusagen machen. Auch euer Haus sollte sich automatisch sichern. Wer es nicht weiß, einfach Baumodus anmachen, rechte Maustaste, Gebäudebauplan. Ich habe es ja schon gespeichert. Ich werde das Ganze aber nochmal einmal löschen und einmal nochmal neu speichern. Bauplan hinzufügen, alles speichern. Und mittlerweile werden auch die Skins mit übernommen. Das sieht man jetzt auch hier in dieser Vorschau. Das haben sie nämlich jetzt mit dem letzten Patch einmal gefixt. Dann können wir das bespeichern. So und das nehmt ihr nämlich mit. Das heißt, wenn ihr hinterher die ganzen Mats habt, hier seht ihr mal mein aktuelles Haus, dann könnt ihr es wieder hinstellen. Müsst ihr natürlich nicht machen. Ihr könnt auch einzelne Sachen wie euer Verteidigung oder so mitspeichern. Dann könnt ihr aber schneller, sobald ihr die Sachen freigeschaltet habt hinterher, also die entsprechenden Wandelemente, könnt ihr euch das wieder hinstellen, wenn ihr wollt. Es sollte aber auch eigentlich, so stand es zumindest geschrieben, automatisch gespeichert werden, wenn ihr den Server wechselt. Dann habt ihr schon gefragt, was passiert mit dem ganzen Inhalt von eurer Basis. Auch die Mutationen oder im Moment, das sind die falschen Kisten oder auch den Kisteninhalt. Das wird alles mitgenommen. Wichtig ist nur, wenn ihr euch mit Freunden Sachen teilt oder sogar Mutationen Freunden ausgeliehen habt, was wohl geht. Die sollt ihr dann selber wieder zurückholen, weil es wird nur alles mitgenommen, was in eurem eigenen Haus sozusagen ist. An Materialien oder im Inventar. Genauso wie die Mutationen, die bei euch im Inventar sind. Die werden alle mitgenommen und die kommen dann zum Eternal Land. Kommen da dann in das Inventar rein. Und das könnt ihr euch dann hinterher hier in so einem Transfermenü, das schauen wir uns nochmal an, können wir uns dann gewisse Sachen einmal rüberziehen. Dazu kommen wir aber gleich. Ich werde noch ein paar Kleinigkeiten machen. Dann werde ich einen Server auswählen und werde den Transfer einleiten. So und ich habe es jetzt mal gemacht. Ich bin mal auf einen anderen Server gegangen, auf den Season 2 Server. Und es ist so, dass ihr euch einfach nur erstmal anmeldet. Das heißt, ihr müsst noch nicht den Transfer machen. Dann ist euer Platz sozusagen gesichert. Also auch auf die Server, die gerade schon live sind. Und dann hat man eine gewisse Zeit, um sich dann zu entscheiden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit Freunden euch jetzt mal absprechen wollt, könnt ihr euch dann aussuchen. Alle werden sich einmal darauf sozusagen vorregistrieren. Und dann könnt ihr euch bei Belieben dann darauf anmelden, sobald der Server da ist. Und danach könnt ihr dann einfach wechseln. Wichtig ist, wenn ihr in einer Kriegsbande oder in einem Hive seid, müsst ihr den wohl auflösen. Oder besser gesagt, austreten. Denn ansonsten dürft ihr nicht wechseln. Diese Meldung kommt. Und wenn ihr das gemacht habt, kommt ein Ladescreen. Und dann fallt ihr, wie man hier schon sieht, wieder einfach vom Himmel. Also wir haben nicht diesen ganzen Prolog, sondern es geht dann direkt wieder erneut los. Und kurz darauf haben wir diesen Bildschirm hier, den wir gerade sehen. Und zwar die Season-Entwicklungsphase. Und das ist so eine kleine Einleitung, wo man sieht, was man alles übernommen hatte. Ich habe ein bisschen Sternenkrom noch ausgegeben. Deswegen hatte ich nicht mehr so viel. Das nimmt man alles mit. Zum Beispiel auch 130.000 Materialien. Die sind jetzt alle nicht in der Season, aber halt in dem Lager im Eternal Land. Und da sehen wir auch, die Mutationen werden mitgenommen. Auch die Waffen werden mitgenommen, etc. Und auf der nächsten Seite können wir dann eben sehen, was eben zerstört worden ist. Also ich finde es ganz gut gemacht, dass man hier einmal so eine kleine Einleitung bekommt. Was hat man denn dann wirklich nicht mehr? Zum Beispiel hier Lithium-Kristalle haben wir wohl nicht mehr. Das sind so Season-Sachen oder Sternoid. Genauso wie, oh, die wollte ich eigentlich noch verkaufen. Seltene Kristall-Sets, weil das war ja dieses Special von den Mimetics. Auch diese Sachen, wie auch hier diese Sammler, werden zerstört, weil wir würfeln das ja wieder neu aus. Genauso wie die ganzen Zugangskarten, die man gefunden hat. Oder ein paar Missionsgegenstände, die ich noch hatte. Die werden dann alles zerstört. Also hier hat man auf jeden Fall eine sehr schöne Übersicht. Danach bekommen wir übrigens noch eine kleine Meldung. Und zwar Aufgabenversion. Wir müssen uns nämlich jetzt entscheiden, ob wir die volle Version von Quests, die wir schon gemacht haben, spielen wollen. Die meisten wollen eine verkürzte Version haben. Und das müssen wir uns jetzt hier in dem Bildschirm, der dann auch recht am Anfang kommt, einmal entscheiden. Also hier kriegen wir dann verkürzte Versionen. Aber die Belohnung bleibt trotzdem gleich. Und wir wollen natürlich alle Zeit sparen, denke ich mal. Dann wird das für die meisten das Richtige sein. Und hier steht es auch nochmal, nachdem du die Aufgabenversion gewählt hast, kannst du diese für den Rest der Season nicht mehr ändern. Dann, also möchten wir die verkürzte Version und ja, die möchte ich haben. So, und da sehen wir gerade, wir sind komplett nackig hier. Wir haben nur noch ein bisschen Sternenchrom. Und wir haben natürlich, auch guck mal, die haben wir nämlich auch die ganzen Möbelstücke. Auch die fertigen, das wusste ich nämlich nicht, die haben wir auch schon gerade in unserem normalen Inventar. Hier sind die ganzen Währungen, wie Stellare, Planoir oder hier die Sprossen etc. Die sind auch noch alle da, genauso wie die Rüstungsmod-Teile. Auch die blieben dann enthalten. Die Materialien, die sind halt wie gesagt im Eternal Land. Kann man jetzt hier im Lager reinschauen. Und die kann man dann transferieren. Könnte ich das jetzt schon machen? Ich kann es mir direkt mal anschauen. Würde das gehen? Ja, guck mal, würde glaube ich... Uh, das ist aber teuer. Also hier 1000 Gewehrmunitionen würden schon 2000 Punkte kosten. Was kostet denn meine Waffe? Das ist meine auch komplett hochkalibrierte Bum-Bum. Die würde 10.000 kosten. Okay, das ist ordentlich. Die Frage ist, ob die Sachen sich wieder per Woche zurücksetzen. Also man hat 20.000 und so eine Waffe voll hochkalibriert kostet dann ordentlich. Da muss man sich schon überlegen, was man nimmt. Wie schaut es bei der Rüstung aus? Nehmen wir mal den Schutzhut. Ja, 5000 Punkte. Okay, also ein ganzes Set sich nehmen ist, glaube ich, dann schwierig. Aber vielleicht auch einzelne Elemente, wie zum Beispiel 1000 Säure. Oh, guck mal, 1000 Säure. Ja, da sind wir auch mal eben 10.000 Punkte los von dem Transfer. Interessant auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Ich sehe auch gerade hier die Steuergeräte. Die haben wir auch noch. Die können wir auch uns holen. Das ist interessant. 146. Die habe ich nicht alle ausgegeben. Ich dachte, die wären Season-only. Aber anscheinend kann ich die auch hier in die Season rüberbringen. Und scheinbar brauche ich nicht unbedingt Level 20 dafür. Ich könnte es auch jetzt so machen, dass ich mir irgendwelche Sachen raussuche. Oder hier Essen etc. Oh, ich habe die Formeln gar nicht erlernt. Okay, ich hoffe, ich kann das noch machen. Wenn ich im Eternal Land bin, dass es dann trotzdem funktioniert. Ja, aber so funktioniert das auf jeden Fall. Das Ganze. Ich zeige es nochmal, wie man es findet, wenn man im ganz normalen Inventar ist. Da haben wir hier unten so eine kleine Insel. Wenn wir da drauf drücken, dann kommen wir da rein. Und dann haben wir da auch Transfer zum Season-Rucksack. Wenn wir da drauf drücken, dann haben wir diesen Handel. Sollten wir aber auch im Inselmarkt haben, wenn wir im Eternal Land sind. Da haben wir nämlich auch Ressourcen exportieren. Dann kommen wir auch drauf zurück. So, und nochmal kurz zum Ende eine kleine Zusammenfassung. Ich wollte euch ja noch ein bisschen was zeigen. Einmal hier erstmal kurz nachgeholt. Also die Vereinfachung der Quest sieht teilweise so aus, wenn es ein Nebenquest ist. Ihr fahrt zu dem Punkt, dann kommt so ein komischer kleiner Wobbel sozusagen. Und ihr kriegt die Quest automatisch. Oder ihr könnt sie mit Y annehmen. Und dann müsst ihr theoretisch eigentlich nur da einmal hingehen, wo es anzeigt. In dem Fall ist es hier gerade der gleiche Ort, wo ich sie gerade bekommen habe. Und dann gebe ich sie schon ab. Und dann kriege ich auch schon meine Belohnung und die EP. Natürlich auch Teil der Belohnung. Ja, und es ist halt teilweise ganz einfach. Manchmal aber auch so, dass wir in einem Haus hochgehen müssen. Dann müssen wir da einmal nur einmal kurz F drücken. Quest fertig. Also das ist diese Vereinfachung. Kein Blabla mit NPCs etc. Das bleibt uns erspart. Ansonsten geht es relativ zügig. Ich bin jetzt Level 11. Wenn man natürlich auch was Season Reiseziele und so weiter angeht. Oder Reiseziele? Ja genau, Reiseziele hier. Die haben wir auch wieder. Das heißt, da müssen wir wieder die Sachen machen. Das kennt man schon von vorher. Und da kriegen wir dann auch wieder EP und ein bisschen Energieverbindungen. Also da kann man auch einen guten Bonus machen. Natürlich ist es auch so, dass jetzt auch wieder die Gebiete wohl beschränkt sind. Dass wir halt bestimmte Zonen haben, die noch blockiert sind. Und wir warten müssen immer je nach Season, ich sag mal Phase. Dass wir dann weitermachen können. Das ist natürlich genauso. Aber warum sollte man das überhaupt machen? Fragen sich vielleicht jetzt manche noch. Ja klar, wir kriegen halt neue Ziele. Und dann können wir da wieder unsere Sachen hier abholen. Und das bedeutet für uns am Ende nicht nur natürlich für den Charakter, die Chiffrin. Oder auch zum Umskillen der Spezialisierung. Die sind auch wieder neu. Sondern vor allem Sternenkrom. Sternenkrom ist halt das geile Zeug, was wir dann hier bekommen können. Dadurch, dass wir jetzt die Season spielen. Also ich denke mal, das ist schon eine schöne Sache. Und ansonsten auch so Sachen wie der Pass sozusagen. Der ist auch geblieben. Also das heißt, wenn ihr noch nicht fertig gespielt habt. Aber der ging ja sehr schnell. Dann könnt ihr das wohl weitermachen. Weil ich habe den weiterhin hier auf meinem Level, wo ich gerade bin. Kriege auch weiterhin noch Belohnungen, die man sich abholen kann. Jetzt 131 habe ich jetzt schon. Und auch die Events, die jetzt neu hinzugekommen sind. Oder sogar noch kommen. Zum Beispiel mit Wildnis Express. Das wurde auch so übernommen. Habe ich extra für euch mal geschaut. Denn das habe ich schon für die Woche fertig gemacht. Es gibt ja bald ein Reset. Und das wird auch einfach sozusagen übertragen. Denkt in dem Zuge noch dran. Beim globalen Event kann man sich hier eine neue Belohnung abholen. Weil es mittlerweile 10 Millionen globale Downloads gab von Once Human. Da gibt es dann auch nochmal, ich glaube, 2000 Sternenkrom einfach mal so geschenkt. Eine Kleinigkeit noch. Und zwar habe ich das nochmal hier hingestellt und geguckt. Ich habe nämlich extra noch in der alten Season die wöchentliche Reinigung gemacht. Weil hier sehen wir gerade, ist ein Reset. Noch 8 Stunden, 6 Minuten, dann wird es resettet. Das schaffe ich heute vielleicht nicht mehr. Ich könnte eigentlich den Kampf mal hier noch machen. Vielleicht könnte ich den noch reinigen. Das wird auch einmal resettet. Also wenn ihr noch auf dem alten Server seid, dann macht noch euer Limit fertig. Denn sobald ihr auf einem neuen Server seid, dann ist es wieder auf 0. Und ihr könnt es nochmal machen. Zusätzlich Sternenkrom. Ja, ich glaube, ansonsten gibt es nichts mehr zu sagen. Ansonsten ist alles relativ reduziert. Ich muss jetzt gerade noch theoretisch einen weiteren Anker finden. Ihr seht schon, die ganze Karte ist natürlich nicht aufgedeckt. Muss man alles wieder erkunden. Das war ja auch bekannt. Und ja, muss man jetzt einfach machen. Spielt sich aber sehr schnell. Man kriegt relativ gut die EP. Und ich bin mal gespannt, ob ich noch was Neues entdecke. Ob wir noch was Neues hier finden. Oder ob sehr vieles beim Alten ist. Und ich habe ja gesagt, wenn es genauso wieder ist, bin ich ja so ein bisschen enttäuscht. Aber denkt dran, die nächste Season ist auf jeden Fall ein ganz anderes Szenario. Wo wir ganz anderen Content haben. Und natürlich, wir haben kompletten Zugriff auf unser Arsenal, was wir bisher schon haben. Das heißt, ich kann hier alle Blueprints, die ich habe, werde mir auch später noch wahrscheinlich mal die Waffe bauen. Die habe ich noch gar nicht gespielt. Weil ich spiele ja auf dem Server, wo Splitter eine Bedeutung spielt. Dann werde ich mal die Waffe hier, die Scar, einmal testen. Und wie sie funktioniert. Und auch das Set in die Richtung, denke ich mal, aufbauen. Ist für mich also auch ein neues Spielvergnügen sozusagen. Vorher habe ich ja mal auf Brand irgendwie versucht zu spielen. Fand ich jetzt nicht so geil. Und da hat man natürlich auch eine super Gelegenheit, hier was Neues auszuprobieren. So, damit habe ich aber, glaube ich, alles so grob abgearbeitet. Was wahrscheinlich euch, was euch in den Köpfen gerade rumgeistert, wenn es um den Wechsel geht. Wie gesagt, hetzt euch nicht ab. Ich wollte es einmal machen, um allein diese Erfahrung zu machen. Falls ich euch für euch halt Videos machen möchte. Ihr könnt ganz entspannt eure Sachen noch zu Ende machen und Sachen mitnehmen. Vielleicht auch nochmal den Reset von der Reinigung abwarten. Und den neuen Reset jetzt in der kommenden Woche noch einmal komplett vollführen. Da kriegt ihr auch nochmal euren Sternkrumm raus. Macht danach den Wechsel. Dann könnt ihr es hier nämlich nochmal machen für die kommende Woche. Wenn es halt so gewollt ist. Nicht, dass es halt gerade noch ein Bug ist. Weil das würde dann halt bedeuten, wie viel kriegt man bei der kompletten Reinigung? Über 3000, glaube ich. Da könnt ihr mal 3000 auf den alten Server machen. Und nochmal 3000 auf den neuen Sternkrumm könnt ihr ja weiter mitnehmen. Ist eine geile Sache auf jeden Fall. So nochmal so als kleinen Tipp, der anscheinend momentan funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn noch weitere Fragen sind, könnt ihr gerne unter dem Video schreiben. Und ich werde mich jetzt die Tage auch aufmachen. Und hier natürlich leveln bis zum Maximum. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich noch etwas Neues finde, was ich euch berichten kann. Also bis bald. Also bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020